Es geht nochmal um die ganz einfache Programmiersprache Loop, die wir uns im vorigen Video zum ersten Mal angeschaut haben und die eigentlich nur aus dem besteht, was man mit natürlichen Zahlen, mit ein bisschen Addition und hintereinander Ausführung und natürlich ganz wichtig der Loop-Schleife ausrechnen kann. Das waren schöne, einfache Programme. Sie terminieren immer, Sie können nicht in Endlosschleifen geraten und dennoch können Sie fast alles, was praktisch wichtig ist, ausrechnen. Warum nehmen wir da nicht immer Loop für alles? Naja, es gibt eben auch Grenzen und die wollen wir uns heute anschauen. Es geht um die Grenzen von Loop und die werde ich Ihnen gleich in diesem kurzen Video erklären. Mein Name ist Markus Krutsch. Willkommen zurück zu dieser Videoreihe zum Thema formale Sprachen und Automaten, will ich schon sagen. Das habe ich schon zu oft gesagt. Theoretische Informatik und Logik ist es natürlich diesmal, was uns beschäftigt, aber ein bisschen Automaten machen wir ja auch, wenn wir uns Turing-Maschinen anschauen. Okay, die Grenzen von Loop, Sie ahnen es, sie sind recht eng. Es ist nicht ganz so ausdrucksstark wie die Turing-Maschine. Man weiß zum Beispiel immer schon vorher, dass Loop-Programme terminieren und ein Ergebnis liefern. Das muss doch irgendwelche Grenzen nach sich ziehen. Und tatsächlich, wir erkennen leicht, es gibt berechenbare Funktionen, die nicht Loop-berechenbar sind. Wenn Sie die Begriffe verstanden haben, wenn Sie sich erinnern, was überhaupt eine berechenbare Funktion war, dann sagen Sie jetzt, das ist ja keine sehr spannende Aussage. Das ist offensichtlich, das ist überhaupt nicht überraschend. Warum? Naja, weil ein Loop-Programm terminiert immer, aber das bedeutet ja, dass jede Loop-berechenbare Funktion total ist. Das heißt, für jeden Input muss ich auch irgendein Output liefern, denn wenn terminiert ist, dann gibt es ein Output, ob man ihn dann gesetzt hat oder nicht. Selbst wenn man nichts tut, ist der Output standardmäßig voreingestellt 0. Das heißt, es gibt einen definierten Output. Es gibt aber sicherlich auch nicht totale Funktionen, die berechenbar sind. Zum Beispiel ganz einfach, die partiellste aller Funktionen, die nirgends definiert ist. Die ist berechenbar nach dem Begriff für Berechenbarkeit. Also, okay, das ist also kein interessanter Satz. Natürlich gibt es Dinge, die nicht überall definiert sind, die man mit Loop-Ton nicht ausdrücken kann. Okay, neuer Satz, nächster Versuch. Es gibt berechenbare totale Funktionen, die nicht Loop-berechenbar sind. Wie ist es damit? Ist das interessant? Das ist interessant. Das ist tatsächlich überraschend. Hilbert selbst, der große David Hilbert, glaubte 1926 noch, dass alle Funktionen so berechnet werden können. Im Prinzip eine Art erster Versuch, Berechenbarkeit zu definieren. Jetzt muss man wissen, David Hilbert hat natürlich nicht diese vortragenartige Syntax für Loop-Programme eingeführt, die kam viel später. Sondern er hatte etwas anders das Ganze angegangen mit sogenannten primitiv-rekursiven Funktionen, die viel stärker in der Mathematik verankert sind und eine andere Intuition zugrunde liegen haben. Auch ein interessantes Thema, aber werde ich jetzt hier nicht im Detail erläutern. Aber die ist sich als Äquivalent zu den Loop-Programmen herausstellen. Und die er als ein schönes und plausibles Modell der intuitiven Berechnung verstanden hat. Und von dem sich aber dann zeigte, dass es eben nicht in der Lage ist, alles, was man berechnen kann, tatsächlich zu berechnen. Und das wurde gezeigt zuerst von zwei Studenten Hilberts, Gabriel Sudan in 1927 und Wilhelm Ackermann in 1928. Beide erfolgreiche Mathematiker und, wenn man so will, frühe Informatiker. Die Ackermann-Funktion ist, glaube ich, populärer und weiter bekannt heutzutage als die Sudan-Funktion, die ebenfalls nach dem Erfinder benannt worden ist. Beide diese Funktionen sind totale, berechenbare Funktionen, die nicht loopberechenbar sind. Aber wir verwenden eine ganz andere Art, den Satz zu zeigen. Wir werden nicht die Ackermann-Funktion, nicht die Sudan-Funktion angeben. Schauen Sie sich mal an bei Wikipedia, wie die funktionieren. Beides auch sehr schnell wachsende Funktionen, die sehr große Zahlen produzieren nach kurzer Zeit. Und das wird auch bei unserem Beweis sich so ergeben, wie wir gleich sehen werden. Also wieder große Zahlen. Sie erinnern sich, wir hatten schon mal beim fleißigen Biber sehr große Zahlen angetroffen. Und tatsächlich, da ist er wieder, unser fleißiger Biber, der wird uns auch bei Loop beschäftigen. Und zwar werden wir diesmal die Länge eines Loop-Programms zugrunde legen, also nicht die Anzahl der Zustände einer Turing-Maschine. Und gut, diese Länge muss man vielleicht noch ein bisschen erklären, damit es keine Missverständnisse gibt, wie genau, was genau meinen wir mit der Länge? Naja, wir nehmen an, dass Zahlen in Dezimalkodierung geschrieben werden, so wie wir es hier auch getan haben auf den Folien. Wir nehmen außerdem an, dass Variablen nur mit lateinischen Buchstaben und Ziffern benannt sind und dass dieses Tiefgestellte einfach nur eine schöne Schreibung hintereinander schreiben ist. Also das sind dann vier Zeichen. Wir betrachten Semikolon als ein Zeichen. Das heißt also, wir benutzen hier keine Kurzschreibweisen. Wir sind ganz exakt und haben immer ein Semikolon in der Verkettung, damit wir genau die Länge bestimmen können. Okay, das ist also die Länge eines Loop-Programms. Und jetzt definieren wir uns eine Funktion analog zu der fleißigen Biber-Funktion für Turing-Maschinen. Die nennen wir auch wieder Sigma, wie bei Turing-Maschinen, aber diesmal Sigma Loop. Das ist eine Funktion, die natürliche Zahlen als Eingabe und Ausgabe hat und die für jede Zahl L die größte Zahl Sigma Loop von L berechnet liefert, die ein Loop-Programm der Länge höchstens L für eine leere Eingabe, also bei der alles auf Null gesetzt ist, ausgibt. Außerdem sagen wir, dass die Funktion einfach Null als Ergebnis haben soll, wenn es überhaupt kein Programm dieser Länge gibt. Ja, also Loop-Programme brauchen immer eine bestimmte Mindestlänge. Mit einem Zeichen kann ich kein Loop-Programm schreiben, denn es gibt keine Anweisung, die so kurz ist. Okay, Sie sehen also, das ist ganz analog zur fleißigen Busy-Biber-Funktion auf Turing-Maschinen, nur, dass wir jetzt die Länge des Programms anstatt die Anzahl der Zustände nehmen und wir die leere Eingabe anstatt dem leeren Band als Grundlage nehmen und wir interessieren uns für die Größe der ausgegebenen Zahl anstatt für die Anzahl der x, die auf dem Band sind. Okay, so ist das Ganze definiert. Wir sehen, auch das lässt sich gut so definieren. Das ist eine wohl definierte Beziehung. Die Zahl der Loop-Programme mit einer bestimmten maximalen Länge ist wieder endlich, genau wie bei den Turing-Maschinen, und irgendeines dieser Programme hat eine maximale Ausgabe. Okay. Beispiele. Die Loop-Anweisung x0 wird y plus 9, liefert das fleißigste Programm für die Länge 7. Das heißt, die Sigma-Loop-Funktion von 7 ist gleich 9. Wieso 7? Naja, weil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Zeichen hier drin vorkommen. y ist immer 0, wie alle Variablen. Wir haben angenommen, die Eingabe ist 0. Und ich kann aber nicht einfach nur x0 wird 9 schreiben in Loop. Ich muss immer so eine Addition als kleinste mögliche Anweisung vollführen und damit ist das die beste Art, eine Kurzahl zu erzeugen. Okay. Entsprechend, wenn ich ein Zeichen mehr erlaube, habe ich schon Loop von 8 gleich 99. Kann ich eine 9 anhängen, das ist die effizienteste Art und Weise. Für L kleiner 7 gibt es keine Zuweisung, das heißt, da ist die Funktion einfach nur 0, wie wir vorher definiert haben. Okay, und jetzt könnten Sie sagen, ja gut, was machen wir für L gleich 9? Ja, da wird noch eine 9 hinten rangehangen. Dann haben wir schon 999. Sie sehen, das wächst exponentiell. Aber das ist natürlich irgendwie ein bisschen langweilig. Bonusaufgabe. Frage, gibt es eine Zahl L, bei der der Wert von Sigma Loop L durch ein Programm berechnet wird, welches die Zahl, die hier als Ausgabe erzeugt wird, nicht als Konstante im Quelltext enthält? Ja, also 9 steht ja schon da, 99 würde auch da stehen. Das sind eigentlich langweilige Fälle. Kann man das auch interessanter machen? Wie müsste das aussehen? Denken Sie mal drüber nach, an welcher Stelle kommt man drüber, ab welcher Zahl kann man mehr erreichen mit Loop-Anweisungen als mit dem einfachen Hintereinanderschreiben von 9. Okay, gut. Also das ist die Busy-Beaver-Funktion für Loop. Und was ich jetzt behaupte ist, also es gibt berechenbare totale Funktionen, die nicht Loop berechenbar sind. Und natürlich ist meine Vermutung und meine Andeutung, die ich hier schon längst gemacht habe, dass diese Busy-Beaver-Funktion ein Beispiel für genau so einen Fall ist. Das heißt, wir müssen zwei Teilaussagen zeigen. Zum einen, diese Funktion ist überhaupt berechenbar. Total ist sie natürlich laut Definition, das ist klar. Und zweitens, sie ist nicht Loop berechenbar. Okay. Beides sind Dinge, die Sie mit dem, was Sie schon wissen, eigentlich ganz gut hinkriegen sollten. Sie können also gerne auch kurz darüber nachdenken, anstatt das Video weiter zu schauen. Also ich fange mal mit dem ersten an. Loop ist berechenbar. Wie würden Sie das berechnen? Die maximale Zahl, die irgend so ein Loop-Programm ermitteln kann. Und zwar, wie würden Sie das berechnen? Aus Sicht der Mathematik. Ja, Sie sollen es nicht implementieren. Es soll bloß im Prinzip so berechenbar sein. Natürlich wird vieles, was hier passiert, in der Praxis auch nicht zu einem Ende kommen, was viel zu ineffizient wäre. Aber das stört uns nicht. Es reicht uns, wenn es irgendeinen Algorithmus gibt, auch wenn er sehr lange braucht. Und den gibt es hier natürlich. Sie können die Funktion einfach dadurch berechnen, dass Sie alle möglichen Fälle durchprobieren. Ja, also es ist ganz leicht. Sie haben ja nur endlich viele Loop-Programme einer bestimmten größten Länge überhaupt zur Verfügung. Und Sie können dann alle davon systematisch durchlaufen und auf einem Computer simulieren. Wir wissen schon, dass Loop-Programme immer terminieren. Das heißt, jede dieser Simulationen wird nach endlich vielen Schritten ein Ergebnis liefern. Wenn Sie noch kein Ergebnis haben, dann haben Sie einfach noch nicht lang genug simuliert. Dann wird die Zahl vielleicht noch größer. Das heißt, Sie können sicher sein, dass diese Berechnung irgendwann terminiert und damit auch die Gesamtberechnung aller dieser Schritte. und Sie merken sich einfach den maximalen Wert, der dabei entsteht, über allen Programmen. Und schon haben wir das berechnet, was wir wollen. Wenn ich das so skizziere, dann verwende ich natürlich einen intuitiven Berechnungsbegriff und die Church-Turing im Prinzip. Ja, also ich spreche ja nicht davon, wie genau ich diese Programme simulieren würde. Aber es sollte klar sein, mit dem, was wir über Turing-Maschinen und über all die anderen Formalismen, die es so gibt zum Berechnen wissen, nehmen Sie C++. Sie könnten das irgendwie implementieren, was hier vorkommt. Also intuitiv funktioniert das. Und man könnte es sogar konkret implementieren. Wie gesagt, es gab mal einen Loop-Simulator im Web. Leider konnte ich ihn nicht mehr finden. Wenn Sie einen haben, können Sie ja mal in den Kommentaren posten oder mir zuschicken. Oder Sie schreiben einen und stellen ihn irgendwo online am besten. Irgendwo, wo er nicht down ist, wenn Sie mal Ihre Homepage umziehen, wie das vielleicht beim letzten passiert ist, den ich hatte. Okay, gut. Das heißt, das geht und man kann diese Zahl ermitteln. Anders als beim Busy Beaver. Also da ging das nicht so einfach. Und der Knackpunkt war, dieser dritte Schritt, die Simulation liefert nach endlich vielen Schritten ein Ergebnis. Das ist eben bei allgemeinen Turing-Maschinen nicht so. Da wissen Sie nicht, welche der Turing-Maschinen niemals terminieren. Und deshalb können Sie nicht sicher die höchste Zahl ermitteln, weil einige der Simulationen niemals enden. Okay. Zweiter Schritt. Die Funktion ist nicht loopberechenbar. Und auch das können Sie schon im Prinzip zeigen. Die technischen Details sind vielleicht noch ein bisschen schwieriger auszutüfteln. Aber die Grundidee, die kennen Sie schon von Busy Beaver. Denn der Beweis, den ich jetzt verwende, wird im Prinzip genauso funktionieren, wie bei der Unberechenbarkeit von Busy Beaver. Ich zeige, falls man das Loop berechnen könnte, dann könnte man mit Hilfe des Programms, was diese Berechnung durchführt, ein Loop-Programm schreiben, was unzulässig viele, eine unzulässig große Zahl erzeugt, sollte ich sagen. Durch Verwendung dieser Subroutine, die die Funktion berechnet. Okay. Wie genau macht man das? Die technischen Details sind, wie gesagt, noch ein bisschen auszuarbeiten. Der Widerspruch, also zunächst, wir nehmen an, wir können das berechnen durch ein Programm, was ich wieder so nenne, P Sigma. Und dieses Programm hat irgendeine Länge in Zeichen. Die nenne ich wieder K. Okay. Jetzt wähle ich mir eine Zahl M, die größer gleich dem folgenden Ausdruck ist. K plus 17 plus Logarithmus zur Basis 10 von M. Was ist dieser komische Logarithmus zur Basis 10? Na, ein Logarithmus zur Basis 10 ist einfach bloß die Anzahl an dezimalen Zeichen, die Sie brauchen, um die Zahl M im Dezimalsystem aufzuschreiben. Also wir wollen die Zahl M irgendwo in unserem Programm verwenden und dazu müssen wir wissen, wie viele Zeichen braucht das. Und deshalb verwende ich hier diesen Logarithmus. Wenn Sie so herandenken, sehen Sie auch immer, dass es möglich ist. Also ich kann für jede beliebige Zahl oder ich kann für jede beliebige Zahl K eine Zahl finden, die größer ist als K plus 17 und sogar noch größer ist als die Menge an Dezimalstellen, die ich brauche, um die Zahl selbst aufzuschreiben. Das wächst ja nur sehr langsam. Deshalb kann ich Trost hier vergrößern, ohne dass sich hier viel tut. Und irgendwann ist es größer. Okay. Gut. Also so eine Zahl findet sich leicht. Jetzt kann ich definieren, das einfache Programm P. Woher diese 17 kommt, werden wir gleich sehen. Ja, wenn man so einen Beweis sich überlegt, schreibt man natürlich erst die Idee auf und dann findet man heraus, dass hier 17 steht. Ich weiß es schon, deshalb habe ich die 17 schon geschrieben. Okay. Wir definieren jetzt ein Hilfsprogramm PM. Dieses Programm lautet X1 wird X1 plus M. Dieses Programm hat die Länge 7. Ich könnte auch kürzere Variable nehmen. Statt X1 könnte ich auch Y nehmen. Dann hätte ich zwei Zeichen gespart. Das ist völlig egal. X1 wird X1 plus M. Länge 7 plus Logarithmus zur Basis 10 von M, weil ja M hier irgendwie stehen muss. Obere Schranke, ja. Die obere Schranke ist hier schon eingebaut, weil ich ja eine natürliche Zahl meine mit M, die größer gleich ist. Also das heißt, die muss das schon mit berücksichtigen. Okay. Das ist also das Programm PM. Das initialisiert eine Variable X1, die 0 war auf M, wenn Sie so wollen. Oder erhöht sie um M. Dann kann ich ein Programm P++ machen, was lediglich X0 um 1 erhöht. Das Programm hat die Länge 8. Und dann definiere ich mir ein Gesamtprogramm, das so aussieht. Ich führe erst PM aus, es folgt ein Semikolon, dann wird dieses magische Programm P Sigma ausgeführt, das mir die Busy-Biber-Funktion für Loop-in-Loop berechnet. Und dann folgt noch ein Semikolon, die zwei Semikolons, das muss ich natürlich mitzählen. Und dann folgt P++. Und wenn Sie jetzt zusammenrechnen, dann haben Sie 7 plus 8 plus 2. Aha, das ist die 17, die hier vorkommt. Okay. Was also tut dieses Programm und wie lang ist es? Also wir wissen zunächst einmal, die Länge des Programms ist eben genau so und damit ist sie also kleiner gleich M. Das heißt, das Programm selbst ist kürzer als diese Zahl M. Aber was gibt das Programm aus? Natürlich, es gibt den Wert von Sigma Loop M plus 1 aus. Denn das ist genau das, was berechnet wird. Und deshalb stimmt es auch nicht, weil ich vorhin gesagt habe, dass man x1 hier durch y also durch was Kürzeres ersetzen kann. x1 ist natürlich der erste Input. Und als solcher ist das natürlich die Zahl, die Variable, die das Programm P Sigma lesen muss, wenn es eine Funktion von natürlichen Zahlen nach natürlichen Zahlen berechnet. Also insofern ist das schon wichtig, das so zu setzen, wie es hier steht. Es hat alles seinen Grund. Gut, also Sie sehen, auf die Art bekommen wir wieder einen Widerspruch und die Idee ist genau die gleiche wie beim Bissi Beaver. Im Prinzip war das jetzt eine Wiederholung dieses Argumentes, damit Sie es nochmal gesehen haben. Wenn ich vorher schon wüsste, was ein Programm meiner Bauart maximal kann und wenn ich das in einem Programm meiner Bauart vorberechnen kann, dann kann ich ein Programm finden, was dieses kodierte Wissen, als Programm ausgedrückte algorithmische Wissen nutzt, um mehr zu tun, als das Maximum, was eigentlich so ein Programm tun darf. Genau die gleiche Idee wie vorher und nur angewendet jetzt auf Loop anstatt auf Turing-Maschinen. Und interessanterweise funktioniert es auch bei einer berechenbaren Funktion. Also Sie sehen, das Argument ist einfach nur ein, ist auch ein Widerspruchsargument, ein Diagonalisierung-Argument, welches etwas zeigt, dass also die Annahme, dass man für alle möglichen Programme etwas auf eine bestimmte Art weiß tun kann, zum Widerspruch geführt wird, indem man ein Programm konstruiert, was sich dagegen sträubt, dass man sich so behandelt. Sie erinnern sich, auch Kantor hat so gearbeitet. Sie haben eine Liste aller Mengen und konstruieren eine, die in der Liste nicht vorkommt. Unter der Annahme, dass die Liste schon existiert. Genauso machen wir es hier. Wir nehmen an, wir haben das Programm und konstruieren ein Programm, wofür dieses angenommene Programm nicht richtig arbeiten kann. Also das funktioniert an ganz vielen Stellen und das ist ein super Argument, was der Kantor da angefangen hat, in gewisser Weise. Okay, gut. Damit wissen wir jetzt, also auch Loop hat Grenzen und in dem Fall sogar Grenzen im berechenbar Totalen und im nächsten Video wollen wir dann sehen, wie man diese Grenzen überwinden kann. Es wird Wallschleifen gehen. Okay, bis dahin. Tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020